Jetzt, ich will ihn ganz ehrlich sagen. Ich hab's gesagt, ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt, ich hab's gesagt. Was ist das? Ich hab's gesagt, wir haben einen besseren Spiel an der Zeit. Ich bin der Best in der Pack, acceptet als Fakt. Ich nehme was ich, wenn es yours ist, dann ist es meine. No Exception. Word to my homies, Word to my homies, Word to my homies, yeah. So, es ist Zeit, wenn ich die Druck auf bringe. Ihr n**** ist nur meine HALF-Hole, wenn ich nur die HALF-Hole bin. Sja ... Geheben. Du bist klar, also zu sein, was du überhaupt nicht, was du viele fehler, Ich fühle die HALF-Hole. Nagere HALF Kühe! Die Voped ... 2, 4 oder musst? Grapp mich umTyg an und 10 Mal cr PSG testing auf. 100, 10 Mal batch. I never gave a fuck one time In the land of the lost, I've been in the lost If you ever try to stop me, then you won't be Yo Leute, Brotus wieder am Start mit Road to Dark Matter Und ich hab heute, haltet euch fest, mal wieder ein Sturmgewehr für euch, die XR2 Und wir werden heute wieder versuchen, die Goldtarnung für diese Waffe zu erspielen Indem wir einen Weitschuss noch erspielen müssen Und ich sag's euch, ne, die Weitschüsse Sie bringen mich einfach um den Verstand, unglaublich Aber wir werden es schaffen, äh, schaffen auf jeden Fall Und dazu kommt jetzt noch, ne, Leute Ich verstehe es nicht, warum manche in die Kommentare bei dieser Serie schreiben Hä, du bist so schlecht, du hast noch nicht die Argumenter mit Level 200 irgendwas Prestigemaster Das liegt ganz einfach daran, dass ich diese Serie hier für euch mache Und einfach mit jeder Waffe ein Video mache Und dann muss man ja, ne, jede Woche ein Video maximal Weil ich halt diese Serie nicht schaffe so oft Äh, dann ist ja klar, dass die nicht so schnell erreiche, die Tarnung Aber das ist auch mal wieder ein anderes Thema Das ist auch scheißegal jetzt Ich werde euch die Klasse jetzt erstmal zeigen Passt auf, wir spielen nämlich hier Mit Schnellziehen, Schnellfeuer, Schnelles Magazin Übertakten, flinke Hände, Totenstille, Anzahlung Und als Spezialist, ihr seht es schon Der Kampffokus Und ja, dann werden wir versuchen Geist, Orbi und Raps zu erreichen Ich hoffe, ihr drückt mit mir jetzt die Daumen Habt Bock auf diese Serie Und Leute, ich hoffe, dass es euch gefallen wird Ich hoffe, die Lobby wird gut Ich werde eh wieder eine Stunde für eine Lobby suchen Das ist Standard auf PC, aber es wird schon klappen Und ich würde sagen, Leute Los geht's mit dem Video Wir sollten uns jetzt echt darauf konzentrieren In dieser Lobby Die hoffentlich Keine Abfahrt-Lobby ist Alle Punkte, die gehen Mitzunehmen und Einfach nur Die Gegner auseinanderzunehmen Wie ich mich kenne Ich gehe jetzt hier direkt mal Hier in diesen Headshot-Spot Und werde hier den Headshot kassieren Okay Ja, jetzt kommt was vielleicht Komm, wir müssen hier irgendwie Die Kills mitnehmen jetzt Komm Ja, wunderschön So Ich werde Okay Hallo Nicht gegenseitig behindern Hallo Oh 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 Sollte aufpassen Nein, nein, nein Oh, scheiße Jetzt muss ich definitiv weg Oh, nö Ich bleibe einfach hier Das ist ja ein guter Spot gerade Scheiße Wenn jetzt was kommt, ne Und ich hier Oh, das sind mir zu viele Ab dafür Oh, das war das falsche Loch Nein Wenn ich jetzt Versterbe vor allem Oh Gott, so Jetzt ist hier oben was Den boxen wir nochmal kurz Wieder brauchen noch zwei Box Mein Teammate war Unfähig Ihm einen Hit zu geben Hä? Der hatte doch schon einen Hit Oder nicht Ey, das verstehe ich jetzt nicht Ich habe doch so schön gespielt Guck mal Die kann No chance Alter Falter Und das nehmen wir mit Komm Lass es mich schaffen Lass es mich schaffen Lass es mich schaffen Und Wieder auf die Wieso gehe ich überhaupt da hoch Dümmste Aktion aller Zeiten Und ich kriege trotzdem alle Kills Sehr schön Äh Wo ist der jetzt hin Weitschuss brauchen wir auf jeden Fall noch Ne Wisst ihr ja Bescheid Ich nehme einfach hier Hallo Ähm Gut Ey, das war Mann, ich hasse das Wenn man einem schon einen Hit gegeben hat Dann kriegt man den Kampffokus-König Oh oh Ach du Scheiße Das wird jetzt eng Hallo Ich habe da so verdient zu sterben Weil ich wieder Meine Augen nicht aufmache Äh A müssen wir natürlich noch mitkriegen hier Dankeschön Dass ich das mit einnehmen durfte Immer wieder gerne Nein, 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 nein Ich will einfach nur ein bisschen Oh Gar nicht gesehen Dann merkt ihr mal wieder wie Wie halb verpeilt ich bin So Hier werde ich jetzt definitiv sterben Aber wir Wir kriegen das hin Da oben Hau doch mal ab Muss ja nicht sein, dass ich mich hier von jedem Wegholen lasse Zack Und rein Mal gucken, ob hier was läuft Ne, wir sind alle Irgendwie nicht da, ne So, aber wir sind jetzt Auf halbem Wege wieder zur Streak Da könnte Oh oh Wo kommt der denn weg Okay, A vernehmen wir schnell auf C Bitte Einfach die Punkte hier mitnehmen Oh, ja, kriege ich den Kill Hallo Dankeschön Ne, das war gerade gut Das war ein gutes Guter Move So Keine Ahnung, wo die Gegner jetzt kommen Ich hatte gerade Oh oh Teammates Hallo Dankeschön Covert mich mal lieber Das fände ich super Von euch Haben wir überhaupt Gegner? Bis Oh ja Oh ja Da war noch was Ich hab's doch gesehen Oh Oh, da haben wir ja alles Oh lol Alles in einem Zug Easy going Nein, ich bin so dumm Mein nächstes Ziel ist jetzt erstmal Ja Wollen wir drauf gehen oder nicht Ist mir Ach komm Aber wir haben sogar direkt hier die Kontotrunde gegeiert So lobe ich mir das Teammates Und den Geist hebe ich mir für die nächste Runde auf Was mach ich überhaupt? Ich muss auch gar nichts Einnehmen Oh Schön Das hätte ich jetzt nicht gedacht Dass ich da überhaupt irgendwas hinkriege Oh hier Der läuft hier rum Den hol ich mir doch auch nochmal kurz Also ich muss irgendwie Versuchen Oh ich hab richtig Bock mir die Streaks nochmal aufzubauen Ne Aber jetzt noch Ich darf nicht zu viele Kills machen Den nehme ich Und jetzt Oh kacke Munition ist sehr knapp Ich gehe mal lieber auf eine Nummer Sicher Hoffentlich Ja, ja Vielleicht hier nochmal einen Kill abstauben Schnell Nein Ah, den hätte ich noch gebrauchen können Aber jetzt haben wir noch den Geist Hauen den gleich raus Auch wenn die Raps Das war ein bisschen dumm Obwohl die haben ja schon gut Kills gemacht eigentlich Aber wir haben erst 29 Ist ein bisschen wenig Aber die Gegner bleiben drin Und sind alle gut negativ Das ist glaube ich das erste Mal Dass ich Wirklich relativ schnell Eine gute Lobby finde Wobei wie lange bin ich dabei Ach Schnell ist übertrieben Aber wir können natürlich jetzt versuchen Nochmal ein bisschen Gas zu geben Erstmal direkt Aber nicht direkt auf B glaube ich Das wäre der sichere Tod Jetzt nehme ich A ein Dann habe ich noch Fehlmehr zwei Kills Und dann gehen wir mal irgendwie Irgendwie drauf Der Typ der gerade Nice Streaks geschrieben hat Der hat wahrscheinlich Will mich wahrscheinlich ein bisschen ärgern Weil die noch nicht viel gemacht haben Oder er fand es echt ganz gut So und jetzt Achtung Ah, da gehe ich lieber nicht hin Weil da ist ein Teammate Hier hat keiner Bock Ich kann natürlich auch den Ich bin so dumm Guck mal Ich hätte so viel Zeit gehabt Um wegzurennen So viel Und mir fehlte ein Kill glaube ich noch Oder sowas Ah, ich bin auch sehr schlau Und jetzt hat der auch noch Raps Ach man Ich wollte doch nur meinen Ich gebe ihm zwei Burst Aus nächster Nähe Und er war schon heftig angehittet Wie kann man so Glück haben Da noch mit VMP Gold Wahrscheinlich weil es die Goldtarnung ist Und absolut ohne Kampffokus Wieder hier am Start Habe ich halt auch nicht dran gedacht Weil ich echt ein schlauer Typ bin Oh Machen wir dafür jetzt Komm Gib mir Kills Ah ja, da Ne, der wollte nicht Der hat auch keinen Bock Oh, oh, oh Die Raps Hilfen mir hier gerade ein bisschen Ach komm Wir nehmen einfach C ein Und Wir machen einmal Streaks auf jeden Fall noch Das versichere ich euch Einmal pro Halbzeit Muss schon sein Auch wenn ich das wieder so gnadenlos verkackt habe Da kurz vor Oh, die One-Man-Arme Die wollte ich Doch schon ganz gern haben Oder wenn ich Den muss ich jetzt kriegen Alter Ist das ein Schwitzer Der VMP mit Laser So was überhaupt zu spielen, ne? Kann ich verstehen Wenn man auf Headshots geht Aber wenn man sie schon Gold hat Dann spiele ich die doch nicht noch mit Laser Ich muss jetzt ganz vorsichtig ranfirschen Oh, oh, oh Ich glaube da war was Ne, wir machen das jetzt nochmal Ohne zu sterben Bitte, 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 bitte Ja Orbi Oh Gott Komm, erstmal Geist raus Kann ich sogar machen Nice Bitte jetzt nochmal die Raps Das wäre super Ey, das wäre echt die Höhe jetzt Wenn ich das nicht schaffe Ja Wunderschön Und den Oh Geil Ich gehe jetzt mal hier Ich rush hier mal durch Obwohl, ich könnte natürlich nochmal Hallo Das war wieder das beste In der Welt Guck mal, da hinten geiert Komm, wie die Orbi geiern Hier alle Oh, oh Aufpassen Nein, gib mir den Kill Komm Gehen wir den Nein Wir verlieren Ah, jetzt können wir Oh ja Ich gehe sowas von auf C Oh Leute Bitte lass mich C kriegen I would be forever grateful Komm schon Und rein Oh, scheiße Mann, das geht ja gerade richtig ab Ich brauche ja gar nichts machen Von Flagge zu Flagge zu Flagge rennen Einfach wieder Oh Oh, 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 oh Schneller Nimm einen Komm, komm, komm Und wieder Orbi An Oh, ach du Scheiße Da kommt der Der weiß, was ich hier bin Den Fehler mache ich jetzt nicht Aber den Fehler werde ich machen Oh Gott Ich mache einfach den Ah, der Geist geht nicht Ja, geil Nochmal Raps Ist Raps an? Ja Ach du Scheiße Wie haben wir das denn gemacht? Und jetzt nochmal den Geist an Leute Ich glaube, hier geht was Das ist eine ganz coole Lobby eigentlich Einen Burst habe ich noch Ach du Scheiße Und lauter war es glaube ich Noch nie mehr Oh, Manua Gib mir die Manua Ich habe ihn nicht gesehen Ich muss die Waffe aufheben Ah Leute Es wäre sogar noch Nuklearfleisch drin gewesen Ich habe gar nicht darauf geachtet Was ich überhaupt für eine Streak hatte Ach man Aber wir haben jetzt Dreimal die Streaks erreicht Das reicht mir eigentlich auch schon So, ich hätte jetzt nochmal Kampffokus an Vielleicht die Streaks nochmal erreichen Das wäre ja der Höhepunkt Viermal die Streaks Das wäre echt heftig Aber jetzt hier auf B Wo ist er hin? War da einer? Ja Nein, runter Oh Schwimm, 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 schwimm Geh da rein Scheiß auf Kampffokus Ich bin gerade so hyped Oh oh, oh oh Da kommt viel Der hantet mich jetzt richtig Wo soll ich hingehen? Okay, warte mal Ich versuche es jetzt mal hier nochmal Ist hier was? Ne, kacke Wo ist er hin? Hier? Läuft da noch irgendwas? Ah Das ist jetzt fies Wir haben absolut heftige 72 Kills Unglaubliche Runde War glaube ich mit einer der besten Road to Dark Matter Runden aller Zeiten Dafür, dass ich am Anfang wieder so kläglich verreckt bin Also viermal Streaks wäre fast drin gewesen Das war, achso Er hat nochmal so abgeschossen Ich dachte, was war das für ein Kill? Alter 72, 6 10 Eroberungen 14 Verteidigungen Ich glaube das gar nicht Dass ich überhaupt Zu so einer Uhrzeit auch so abends Einfach nur zerstört habe Ach ja Die Bielefelder wieder Erstmal ein Haar zurück natürlich So, komm Machen wir noch eine kurze Geste dafür Und ich hoffe natürlich Dass ihr für diese Meiner Meinung nach echt Sehr geile Folge auch ein Like da lasst So als Motivation Einfach wieder Einfach diesen Motivationskick An den Bewertungen Möchte ich mal wieder sehen Das würde mich echt freuen Ich sage keine Zahl Das will ich auch gar nicht Aber ich will einfach nur Dass ihr mal wieder Wenn das euch gefallen hat Einfach mal wieder ein Like da lasst Und ja Dann zeige ich euch natürlich Die nicht erreichte Goldtarnung Geil Darauf habe ich jetzt Ist wieder das Geilste bei mir Ähm Ich glaube wir müssen kurz Aber schnell ranhängen Wir sehen uns gleich wieder Ja brennbar Wir gehen jetzt einfach mal Ganz ganz schnell hier hoch Und versuchen direkt Den Weitschuss zu machen Ich hätte eigentlich gedacht Dass ich da across the map Schon mal einen geschafft habe Eben auf Handtad Aber war leider nicht so Und ich will jetzt einfach Dass da ein Gegner kommt Aber die haben keinen Bock Komm Ich überlege gerade Also wenn ich jetzt hier Ja Jawoll Ey guck mal Auf Breach geht das einfach Richtig flott Damit ist die Goldtarnung erreicht Ich versuche jetzt einmal kurz Hier noch was zu erspielen Wenn da nix Alles klar Das war es dann auch schon Mit dieser Folge Ach war doch ein schönes Ende Oder haben wir noch alles erreicht Ich hoffe mal Ich komme jetzt hier schnell raus Aus der Lobby Dass ich euch kurz Die Goldtarnung zeigen kann Pass auf Ich hoffe die Habe ich jetzt auch bekommen Ja Da ist sie Die Flammentarnung Und hier mit die Goldtarnung Ich packe mal gerade Das schnelle Magazin weg Das sieht einfach nur kacke aus Wir haben sie in Gold Endlich Das sieht auch kacke aus So Da ist sie wunderschön glänzend Schön Gold Und damit fehlen uns jetzt hier Nämlich noch Ich zeige euch mal Meinen Fortschritt gerade noch Haben wir Haben wir Haben wir ICR fehlt nämlich Bei den Sturmgewehren noch Manowar habe ich auch schon Die Shiva fehlt noch Wobei ich da noch nicht sicher bin Ob ich da ein Video zu machen Weil ich die echt hasse Diese Waffe Und ja M8 habe ich auch Die Waffen hier Die habe ich jetzt halt Noch nicht eingeplant Weil ich die ja nicht brauche Für Dark Matter Weil das ja DLC Waffen sind Und hier fehlt die KRM noch Dann fehlt hier die BRM Soweit ich weiß Und die Gorgon Und die Dredge glaube ich auch noch Oder nicht Ich bin mir nicht sicher Die haben wir natürlich eh alle schon Die haben wir auch schon alle Die MPs So und jetzt Zweitwaffen Fehlt noch hier die LK9 Und hier dieser Werfer Den habe ich schon mal auf Gold gespielt gehabt Und natürlich das Knife Und sonst war es das eigentlich Also so viel fehlt uns nicht mehr Insgesamt kann ich nur sagen Die Folge hat Spaß gemacht Und ich würde euch jetzt auch nicht lange Auf die Folter spannen Es war eine geile Runde Und ich hoffe Ihr hattet Wieso sage ich eigentlich immer Ich hoffe Ich hoffe Ich hoffe Und am Ende kommt nochmal Ich hoffe es hat euch gefallen Unglaublich Ihr werdet es jetzt gleich In der Endcard merken Aber wie gesagt Der Like würde mich echt freuen Und haut rein Und bis zum nächsten Mal Ja willkommen auf der Endcard Ich hoffe es hat euch gefallen Und ihr könnt hier auch gerne Wieder das letzte Video angucken Die letzte Folge Und natürlich wenn ihr noch nicht Auf meinen Facebook Instagram und Twitter Account Vorbeigeguckt habt Auch gerne vorbeischauen Und natürlich wenn ihr noch nicht Abonniert seid Gerne ein Abo dalassen